So, jetzt sollte man, ich muss trotzdem meine Augen nochmal ausreiben. Deine Augen ausreiben. So, wie gehen jetzt Reserve? Alter, erstmal nur so zwei jämmerliche Häkchen. Wie viel hatten wir davor beim ersten Mal, wo wir auf Reserve so elendig gestorben sind? Zu fünft, voll equipt. Gegen Moseyple. Wie viel mehr wir da hatten oder was? Wir waren Zollgelände noch, hatten drei oder vier schon. Nee, Shoreline hattest davor. Und Zollgelände. Das heißt, es war die fünfte Map und dann sind wir so elendig gestorben, gell? Nein, 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 nein. Alter Reserve. Ich hab gedacht, ich bin jetzt ganz cool, aber irgendwie bin ich nicht so cool. 8 Uhr morgens, oder? Ja. Oh, was kostet nicht. Die Versicherung kommt ja auch noch dazu. Nochmal 34.000. Also ich bin auf jeden Fall safe jetzt bei 1,2. Du hast, du hast die Nukone. Ja, ist ja scheißegal. Ja, ist ja scheißegal. Das wäre halt wieder alles von der Zeit für die Mission. Ja, so ein paar PMT-Kills mit der scheiß Repair wäre auch noch nice. Ich feier die irgendwie nur, ich kann doch nicht mit der spielen. Aber, und das nächste ist, wenn du die halt spielst, ist natürlich OP. Aber, ich glaub, deine Sicht-Skills nehmen total durchdurch ab, wenn du das die ganze Zeit spielst. Spiel mal zwischendrin mal gut. Ja, also mir kannst du mittlerweile schon komisch rum mit dem normalen Stock zu spielen. Ja, weil du halt, das ist halt übel schwierig dann. Du verlierst komplett deine Sicht-Skills. Oh, das ruckelt schon wieder so. Das ist ja auch gerade so ein Quest. Leck mich am Arsch, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so... Weil bei dir ging es echt relativ gut durch. Wir haben es auf zweiten Versuch, gell? Oder sogar ersten Versuch? Ja, auf zweiten, nee, nee, zweite. Parallel-Tasch. Ja. Ansonsten könnten wir die Runde nämlich auch gleich abhaken. Na, dann springe ich ins Glory Hole, oder? Aber warte mal, andere Richtung. Wir sind jetzt oben beim Turm. Aber es ist gar nicht so schlecht, gell? Spawnen. Vielleicht haben wir Glück und dann können wir es wechseln, hätte. Du musst aber auch gleichzeitig aufpassen von unten. Ja, da gibt es kein anderes Spawnen, gell? Ich schaff nicht mal hier vorne hin. Scheiß Vogel, oder was? Scheiß Vogel, oder was? Hast du einen Blick nach rechts? Ja. Das ist schon einer am Grenat werfen, oder? Ja. Sollen wir da hingehen? Das wird so ein Hedgelink sein, Alter, wenn du in dem Ding rumholst. Ich bin rechts von dir. Ich renne. Da kommt ein Wasser runter. Stopp. Steps unten und. Los. Das ist ja nichts. Höлять? Soll ich das? Was für euch mal Christian Steps? Ja, vielleicht. Ah, ah. Aaaah. Ok. Wo bist du? Wir fliegen ein bisschen weiter vor. Du bist schon ganz rechts gelaufen, oder? Ja. Drüben im Virtex-Gebäude ist einer, in der Mitte oben am Fenster. Ich weiß nicht, ob ich noch Lust habe. Ein Stück Gebiss. Ja. Was ist das hier? Ich glaube das hier, ja. Sehens. Was? Halt still. Helikopter-Nasenspitze. Was ist das? Bist du weiter hinten schon? Ja, bei den großen Felsen. Komm, 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 komm her. Dann lass uns mal hier. Es gab. War das schon vor 20 Jahren? Dann geh in das Haus rein. Gleich hoch, dritter Stopp. Kann mal ein bisschen rumsnipen. Sind wir aufs Dach oder wohin? Ne, ne, ne. Tötter Stopp. Drüben im Fenster. Stimmt man, ich musste schießen, da waren, ich glaube ich hab zwei Spiele getötet. Unten rennt was. War das hinter uns? Ja. Unten, äh, Staff. Was? Er ist doch oben, was? Mach mal leise, mach mal leise. Wohne, wohne Stücke! Eins, kauft da an. Kommt noch was? Längst oben. Tun die, die, die Aufgänge abend. Brennsteps? Vielleicht drin? Bin ich? Kommt bei mir erst was. Na ja. Granate, deswegen. Bei mir ist was. Irgendwo close. Was da kommt von oben denn runter? Wie kann denn das sein? Bist du tot? Ja! Ich habe ihn. Alles schön. Okay, dann Glück zu sehen und dann guck, dass du rauskommst. Ich guck mal, bin ich positiv zu deinem Haus. Wie sieht es mit deiner Waffe aus? Ja. Keine Ahnung. Was hast du da nicht? Kann ich hier hinten raus? Ja. Was ist da hinten raus? Ja. Also ich habe vier Spieler getötet. Was ist da hinten rauskommst? Ja. 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 Oh Gott. Was ist da hinten rauskommst? Oh Gott. Was ist da hinten rauskommst? Was ist da hinten rauskommst?